Willkommen meine Lieben! Heute machen wir uns leckere Skier Pizza Muffins mit Dinkelmehl. Die Zutaten für heute lauten 150 Gramm Skier Joghurt oder auch griechischer Joghurt, 80 Gramm Dinkelmehl, 50 Gramm geriebener Mozzarella, aber natürlich der Fettarme, 75 Gramm fettarmer Schinken oder auch Geflügelwurst, ich habe jetzt auch ein bisschen Sucuk, also Knoblauchwurst dazu gemacht, etwas kleingewürfelte Zwiebelstückchen, einige Basilikumblätter oder auch natürlich Tiefkühlkräuter, 100 Milliliter passierte Tomaten, etwas Öl für die Muffinform, damit es schön abgeht später und bei Bedarf könnt ihr auch gerne mal Oliven reinmachen. Zunächst vermengen wir den Skier Joghurt mit unserem Dinkelmehl und lassen dann den Teig für ca. 15 Minuten abgedeckt ruhen. So, nach 15 Minuten habe ich unser Teig rausgenommen und daraus 5 Kügelchen geformt. Je nach Muffinform kann sich das natürlich auch variieren. Im ganzen Kneten habe ich die Muffinform ganz leicht mit etwas Öl benetzt und die Muffinform ausgefüllt. Die passierten Tomaten auf die Muffins verteilen und gleich danach die verschiedenen Belege, also die Wurst, die Zwiebeln, eventuell Oliven, Basilikumblätter oder halt auch natürlich Tiefkühlkräuter. Anschließend habe ich alles schön verziert mit unserem leckeren Käse und dann backen wir sie auf bei ca. 200 Grad für 20 Minuten. Nach den 20 Minuten sind unsere leckeren Skier Pizzamuffins fertig. Und ungefähr haben sie 204 Kalorien. Eiweiß sind ungefähr 20 Gramm, Kohlenhydrate 22 Gramm und Fett nur 4 Gramm. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.